ja hallo und willkommen zurück letzte folge artillerie hagel prinzipiell ja artillerie hagel und ja schaut selbst was ist hier nicht so alles gibt in darksburg ne ja 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 kriegt noch was ein freundlichen teil hat überhaupt als war nur der winz alter Ah! Ah! Ah, gut, das waren die. Ich muss es, ich muss es zum Haus schaffen. Ah ja. Keine Ahnung, warum ich dieses Haus mehr ausgewirrt habe, als Herr. So, und hier habe ich es zurück, ich bin fast wieder tot. Ich renne, ich renne. Alter. Loll. Was? Alter, was? Der wurde scheinbar jemand erwischt, sehr gut. Boah. Gerade mal zwei Minuten. Und ich habe schon drei Tränke verbraucht. Alter. Ah, goodbye. Nein, die ist der Katze tot. Alter. Ne? Ich kriege noch die Seelen dafür. Ja, nice. Als ob das mich erwischt hat. Okay. Das war der letzte Trank. Oh, ist das schwierig, ey. Vier-Zack-Fluch. Aber hey, ich kriege sehr viel Lut, das gefällt mir doch gut. Junge, hör auf mich zu schießen. Du siehst mich doch nicht. Ich kriege sehr viel Lut. Wie, ich kriege sehr viel Lut. Wie, ich kriege sehr viel Lut. Ich kriege sehr viel Lut. Und dann, wenn die ganze Zeit nicht. Wie viele zwei gesinnten Damen brauchen? Drei... und... Drei... und... Vier... Fünf! Oh oh... Da liegt noch was... Eins... Zwei... Drei... Und... Vier... Und... Fünf... Kommt jetzt noch was Sechstes? Okay, das ist ein Fünfer Schuss. Wir wollen hier... Schuss... Ach, ich gewöhnte weiter. Voll, voll Treffer! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Hier war nichts mehr. Da ist noch was. Boah, hier kommt man echt nicht schnell voran. Zwei, drei, vier. Okay, als ob ich davon Schaden bekomme. Leute, kommt schon. Also, ich glaube, hier kann ich mich einigermaßen gut umschauen. So, wie sieht er mich nicht? Zumindest nicht gut genug. Da stand irgendwas am Bau. Irgendeine Nachricht. Wait a second. Kann es sein, dass in der Nachricht steht, dass man die Zweige benutzen soll? Nee, das macht doch kein Sinn. Er schießt wenn er eine sieht. So, doch. Wait. Okay, hier bin ich sie schon. Ach, ich schließe neben der weißen Birke passen und die Teile eines Riesen herab. Okay. 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 Aber hey, ich hab's geschafft. Ich bin drüber gekommen. Boah. Alter, Späte. Okay. 10 Minuten bin ich wieder hier. Oh je. Schauen wir doch mal, was wir so alles bekommen haben, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also, drei Zweige, ähm, irgendein Untoten-Splitter, Untoten-Knochensplitter glaube ich. Verbrennen, Verbrennen im Schreinleuchtfeuer für verbesserte Estus-Erholung? Ist das ein Estus-Upcult? Oder kriegst du eine neue Flasche oder wie oder was? Keine Ahnung. Ähm. Ja, hier, was gibt's hier Neues? Wir haben einmal, in meiner Reihe nach, vier, zwei, pardon, den Vierzackflug. Ah ja. Die Bauern und die Großhändler. Was? Ich glaub, ich zieh mir das mal an. Äh. Hier. Und. Hier. Nein. Oh. Und hier. So, mal gucken. Rollen muss ich ja eh gerade nicht. Drei, drei, vier. Okay. Ah. Okay. Was macht das? Okay. Dann, die sind hier. Oh, gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Schwerer Angriff. Okay. Und was hat das hier eine Fähigkeit? Nackenschlag. Ja. Nackenschlag. Nackenköpfer. Äh. Okay. Das, was ist das? Dann. Haben wir noch eine? Mal gucken. Ähm. Nackenschlag. Ach so ein Zweig. Ja. Irgendwann weiß der Zweig. Äh. Nackenschlag. Mit mindestens nichts, was ich nicht schon kenne. Die Waffen kennen wir alle. Das kennen wir. Das kennen wir. Kennen wir. Kennen wir. Kennen wir. Kennen wir. Kennen wir. Ähm. Ein paar Rosen des Akteure. Viele des Akteure. Wie es scheint. Okay. Okay. Wir haben nichts weiter Neues. Ähm. Tut mir leid für diese Folge, wenn die jetzt nicht so spektakulär war. Aber. Heißen Mutenschutz. Thank you can take me! Scheibe. Ja. Oben siebt sie mich. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, 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 nein. Nein. Scheiben. Das gibt es doch nicht. Warum kriege ich die nie? Oh. Ey komm. Wie blöd kann man sein? Ah. Ist das schwer zu lang? Ist das vielleicht... ...durch die Peitsche nehmen? Ah. Keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.